Willkommen bei KFZ20. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um den ML. Ich höre ja auf euch. Ihr habt die ganze Zeit gesagt, Yunus, bitte bau andere Rückleuchten. Ihr wollt ja auch, dass ich die Frontleuchten erneuere. Das werden wir natürlich nicht machen, weil das sind die 10.000 Scheibenwerfer. Ich würde nur Halogen-Scheibenwerfer bekommen. Das möchte ich nicht. Und Originale sehen einfach besser aus. Die werde ich auch aufbereiten. Da werden wir nur auf jeden Fall was machen. Was wir heute machen, ist auf jeden Fall die Rückleuchten. Weil ihr habt so oft in die Kommentare geschrieben, Yunus, andere Rückleuchten wäre Baba, andere Rückleuchten wäre Baba. Und ich höre natürlich auf euch. Und was ist passiert? Ich habe andere Rückleuchten gehört. Da sind die schönen Dinger. So sehen die aus. Natürlich auch ein LED. Schwarz. In LED. Ich weiß nicht, wie die aussehen werden. Das weiß ich echt nicht. Also ich bin auch sehr gespannt. Das Geile ist, E-Zeichen ist drauf. Der hat diese Katzenaugen auch drinnen. Das heißt, hier muss ich nicht irgendwie eintragen oder sonst was. So ist das hier zusammengebaut. Also falls der eine oder andere auch haben möchte, die oberen sind auf LED und die unteren sind LED. Und hier haben wir die ganz normalen. Das heißt, ich glaube der Blinker und der Rückwärtsgang ist das. So, wir werden die einbauen. Aber bevor wir die einbauen, zeige ich euch erstmal, wie das aussieht hier. Standlichter haben wir nur eins. Kannst du einmal auf die Bremse? So, Standlichter ist ja voll langweilig hier. Nur ein Licht so. So, jetzt gucken wir mal die Bremse an. So, Standlicht sieht so aus. Langweilig. Bremse! Sehr auch langweilig. Und rückwärts bitte. Ja, und bitte einmal Blinker links-rechts. Kannst du einmal Bremse drücken? Ja. Okay, dankeschön. Die Rückleuchter sind ja auch kaputt. Die wechseln ich auch nicht ohne Grund. Die sind hier kaputt. Ich hatte mal einen Klatscher gehabt und dadurch sind die kaputt gegangen. Und ich habe natürlich gesucht. Man hatte natürlich die Qual der Wahl gehabt bei diesen Rückleuchten. Was weiß ich, ganz schwarz, ganz auf LED und so weiter. Und die sind die Einzelnen, die mir echt gefallen haben. Muss ich sagen. Und jetzt bauen wir die ganz schnell ein und dann schaue ich mal, wie das aussieht. Ob sich das lohnt oder nicht. So, Sache von einer Minute. Jetzt gucken wir uns erstmal die Optik an. Passt Genauigkeit an. Also ich muss schon mal sagen, von der Optik her, Jalil, So, Optik her ist links auf jeden Fall besser. Super und ich muss sagen, okay, Passt Genauigkeit ist auch okay. Habe ich schon Schlimmere gesehen. Ja, der Kofferraum ist noch auf. So, Kofferraum ist, oh hey, das sieht gut aus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jalil, kannst du noch einmal bitte? Nur Licht bitte. Oh, oh. Einmal Bremse. Oh, jetzt Blinker. Oh, und rückwärts bitte. Boah. So, das ist geil. So, jetzt alles ausmachen, das müssen wir jetzt nochmal präsentieren. So, bitte. Bremse. Krass. Dieses LED ist Hammer. Okay, äh, Licht. Auch geil. Ne, da sieht man richtig schön mit Bremse. Kann man schon gar nicht mehr reingucken. Ne, Blinker, auch super. Ja, das ist schon geil. Also was für ein Unterschied. Ehrlich, wie Tag und Nacht. Alles klar, Jalil, dank dir. Wie findest du es, Jalil? Äh, ja, Hammer am Liga. Hammer, ne? Krasser Unterschied. Das ist schon geil. Richtig eh, oder? Der sieht genau, als hätte man das für den gemacht, ne? Ja, top. Hier, das ist der GSI Garage so nebenbei. Könnt ihr auch mal gerne ein Abo da lassen. Bester Mann. Ganz ehrlich, ihr könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, aber ich find das auch geil. Ja, Mercedes Zeichen habe ich bestellt, habe ich bestellt, kommt, AMG Zeichen habe ich ja da, aber mach ich ja alles in einer Art Masch. Geile Idee, was Jalil meint, hier einfach mal schwarz Carbon. Die Fee sollen auch. Ja, ja, hier kommt ja auf jeden Fall auch. Die werden wir aufbereiten, natürlich. Da unten kommt noch mal ein Aufkleber, ah, das ist so Sachen, das sind so Sachen, da kommen noch. Äh, die Schrauben habe ich da, die Schrauben muss ich noch reinjagen gleich. Guck mal, siehst du den Sifter? Achtet mal, achtet mal. Der muss raus. Ja, das ist halt die richtige. Ja, ja. Hier auch die Schläuche, ey. Die Schläuche müssen alle runter. Von hier, das reicht schon. Ab hier. Und den hier einfach umkippen mit deinem Dings. Da können wir nichts machen. So, der hat einen Turboschaden, also wenn ihr Bock habt, dass ihr wieder darüber im Video machen. Male Upgradelader drin, was sehr teuer ist, also Bock war nach gleich. Wenn ihr Bock drauf hat, können wir gerne ein Video daraus. Der Turbo ist komplett zerlegt nach. ca fast 15.000. Das strahlt ja voll nach hinten. Der ist geil. Das ist geil. Also Passgenauigkeit finde ich auch gut. Ja, das ist natürlich zugehörig. Erwarten kein Wunder. Aber ich muss sagen, die Seite ist nicht so passgenau wie da. Aber, hallo, damit kann man leben. Nebelschluss kannst du auch machen, genau. Jo, hat er auch, hier. Achso, Nebellucht hat das Ding. Nebellust, Lust. Nein, Nebellicht hat das Ding. Meinst du, was mir gefällt, dass dieses Graue, das ist nicht ganz schwarz, das ist Grau. Das gefällt mir so, Jalil. Dieses Graue, das passt. Ich mache ja jetzt öfters Livestream. Ich mache nicht Livestream, weil ich eine Langeweile habe, weil ich einfach neben dem Auto stehen will. Deswegen, da nehme ich euch immer mit. Nein, Spaß. Also, ich finde das geil. Ist der warm? Ja, dann gib mal einmal Gas. Nochmal, bitte. Einfach geil. Ist das nur 4000 Umdrehungen, ne? Ja, ja, der Zeit kam. Super. Nein, das ist so. Damit du den Stand nicht ganz hoch drehen kannst. Nee, nee, ich meine von der DZ, ist das Drehzahl leer und dann noch so eine Loadchecker. Das ist schon krass. Du musst das von hinten hören, zack. Der knallt schon richtig. Das ist typischer AMG-Sound, den man einfach kennt. Also, ich finde die Rückleuchten geil. Was sagt ihr dazu? Und ja. Jetzt kommen wir mal so Kleinigkeiten. Heute wollte ich eigentlich das Video drehen, dem Chip-Tuning. Aber ihr seht, es regnet und ich möchte nicht im Regen mit dem Auto fahren. Bleibt gesund. Euer Kfz2C. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann.